Das ist Thomas. Er ist ein Geschäftsmann. Er scheint unglücklich darüber zu sein, keine Hard- und Software zu bekommen, die helfen, sein Geschäft zu fördern und den Umsatz zu steigern. Außerdem sind sein Smartphone und sein Tablet beschädigt, die eine Alternative für ihn hätten sein können, um sein Geschäft zu unterstützen. Thomas hat mit seinem Freund Stefan über die Probleme in seinem Unternehmen gesprochen. Dieser empfiehlt Thomas, sich Unterstützung zu suchen, um verlorene Daten wiederherzustellen und sein Unternehmen zu stärken. Thomas sucht nun nach einer möglichen Lösung. Auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung fällt den Freunden eine Visitenkarte in die Hände. Auf dieser steht CARB ITK. CARB ITK ist ein junger IT-Dienstleister mit langjähriger Erfahrung in der Informationstechnologie. Angeboten werden Schulungen in Informationstechnologie sowie in Vertrieb von Hard- und Software. Die Dienstleistungen umfassen darüber hinaus die Wartung von Computern, Servern, Datensicherung und Peripheriegeräten, wie zum Beispiel Druckern. Auch Fehlerdiagnose und Datenrettung sowie professionelle Datenlöschung und Beratungsdienste werden angeboten. Thomas und Stefan sind froh, mit CARB ITK zusammenarbeiten zu können und somit das Geschäft und die Karriere zu stärken. Dank CARB ITK könnten IT-Dienstleistungen nicht einfacher sein. Für weitere Informationen schreiben Sie uns eine E-Mail an info-at-carb-itk.de Besuchen Sie uns unter www.carb-itk.de oder rufen Sie uns unter 01 60 96 89 17 37 an.